Jo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Warcraft 3 The Frozen Throne. Immer noch bei den Nachtelfen, aber ich schätze mal, dass das jetzt wahrscheinlich auch das letzte Level bei den Nachtelfen ist. Ich weiß das jetzt nicht mehr in- und auswendig. Und bevor ich hier wieder loslege, muss ich natürlich kurz noch was erwähnen, nämlich... Ich bedanke mich jetzt erstmal an den Let's Player. Oh ja, ich kann ihn ja auch schon als Let's Play-Kollege schon mal bezeichnen, nämlich an den Husky TV. Ich werde ihn netterweise auch natürlich in der Beschreibung verlinken, damit ihr auch da mal bei ihm reinschnuppern könnt, was er für Videos macht. Also, er macht gute Videos. Aber ich will jetzt noch nicht allzu viel dazu sagen, weil ich habe ja so oder so vor, auch unter anderem ihn, also den Husky TV, auch in meinem Kanalvorstellungsvideo zu präsentieren. Also, deswegen muss ich jetzt zu ihm auch noch nicht allzu viel sagen, weil ich das ja eigentlich im Kanalvorstellungsvideo machen wollte, ne? So, das wollte ich ja auch nur sagen. Und jetzt geht's auch sofort los mit Kapitel 7. Die Ruinen von Dalaran. Oha, schon wieder Ruinen? Nein, 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 nein. Wir haben's aber in dem Teil wirklich mit Ruinen, ey. Hallo, Malfurion. Wir halfen einer Gruppe Krieger der Allianz gegen die Untoten. Die Priesterin hat tapfer gekämpft, aber ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sie in Stücke gerissen wurde. Das stimmt nicht. In Stücke gerissen. Da lügt sie. Tyrande, mein Herz. Ich hätte dort sein sollen. Ihr könnt sie immer noch rächen, Shando. Greifen wir Illidan gemeinsam an. Nur seinetwegen sind wir an diesen gottverlassenen Ort gekommen. Er trägt die Schuld an eurem Verlust. Shando, das ist Prinz Keltas, der Verbündete, von dem ich sprach. Seid gegrüßt, großer Druide. Meine Späher haben bestätigt, dass dieser Illidan und seine ekle Schlangenbrut sich in den Ruinen der Stadt Dalaran verschanzt haben. Sie führen ein seltsames Ritual mit einem edelsteinartigen Artefakt durch. Dann benutzen sie das Auge von Sagaras. Aber warum sollten sie es auf das Dach der Welt abgesehen haben? Einerlei. Sie werden nicht lange genug leben, den Zauber zu vollenden. Illidan muss ein für alle Mal aufgehalten werden. Da hat er recht, einmal Furion. Und das werden wir auch tun. Und wir haben einen Verbündeten hier. Geil. Ach, nee. Äh, Moment. Äh, die Beschwerer töten, bevor die Zeit abgelaufen ist. Zauber- und Magieangriffe vernichten die Beschwerer. Beispiel, Chimären haben einen magischen Angriff. Ach, geil. Hier so... Muss ich mich hier sogar beeilen. Ja, okay. Oh, Feendrachen. Geil. Was können die denn? Phasenverschäbungen lässt diese Einheit aus der existenziellen Ebene verschwinden. Wann immer sie Schaden erleidet und vermeidet, so vorüber gegen weiteren Schaden. Hält eine Sekunde... Sekunden... Langan. Okay. Mannerleuchtfeuer. Bringt den Feendrachen dazu, negative magische Energien zu kanalisieren, die in der Nähe befindlichen feindlichen Einheiten Schaden zufügen, wenn sie Zauber wirken. Erhöht außerdem die Rüstung des Feendrachens um 12... Hält 30 Sekunden lang an. Aha. Und ja, Zauberimmunität kennen wir ja. Macht halt diese Einheit gegenüber einem Zauberimmun. Ja. Und Chimären. Hallo. Etz-Atem. Schörnert eine Kugel aus Etz-Nagalle, die effektiv gegen Gebäude ist. Naga haben Paladine der Menschen gefangen. Könnten wir die heiligen Krieger befreien, wären sie uns eine Hilfe im Kampf gegen Illidan? Aha. Ja. Dann samm ich nur die Ringe von Tyrander ein. Und dann melde ich mich gleich wieder zurück, mein Leben. Bis gleich. Oh Mann, ne. Unter Zeitdruck jetzt das Level schaffen. Naja. Ist ja kein Problem mit den Schieds. Und es gibt auch Gott sei Dank nur eine Nebenaufgabe. Nämlich die Rettung des Paladins. Gut. Ähm. Moment mal. Wir haben ja an sich ja alles. An Gebäuden zumindest. Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. Das kriegt sie schon alleine hin. Ausbau abgeschlossen. Hypogreifen. Jetzt kann ich das erst machen. Ach wie toll. Bild Hypogreifen aus, damit Brummenschützen auf ihn reiten können. Dadurch können sie sowohl Luft- als auch Landeinheiten angreifen. Ey, wollt ihr mich verarschen? Warum konnte man das denn jetzt nicht bei dem Vorgänger, bei Rain of Chaos machen? Toll. Forschung abgeschlossen. Was brauche ich da? Meist benötigt. Meist auch. Achso. Ey. Was für eine Verarschung. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Das will ich jetzt aber gleich selber mal ausprobieren, ey. Forschung abgeschlossen. Äh, habe ich hier die Erde? Ja, habe ich. Forschung abgeschlossen. So. Alles entwicklen. Ich spüre, wie ihr Zauber durch das Dach der Welt jagt. Wir müssen dem ein Ende machen. Ja. Ich beeile mich ja schon. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. So, alles neu entwickeln. Euer Gebeuge ist fertig. Aber ich habe kein Chimären im Haus, ne? Forschung abgeschlossen. Nee, den habe ich nicht. Euer Gebäude ist fertig. Das fehlt mir schon. Forschung abgeschlossen. Und ein paar Brunnen. Hier können wir nicht bauen. Forschung abgeschlossen. Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Forschung abgeschlossen. Äh. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Forschung abgeschlossen. Hier können wir nicht bauen. Ach, eigentlich ist die Verteidigung vom Verbündeten eigentlich sehr gut. Also ich muss ihn jetzt nicht extra schützen nochmal. Mit meinen Beschützern. Forschung abgeschlossen. Euer Gebäude ist fertig. Aber ich baue. Euer Gebäude ist fertig. Ne, ne, ne. Ach, wie geil. So, da habe ich jetzt alles entwickelt. Dukis Holzhacken. Euer Gebäude ist fertig. Und jetzt kann ich aber den Ätz-Atem erforschen. Sehr gut. Forschung abgeschlossen. Ja, von dem baue ich noch nicht so viel, weil die Nahrungskosten groß sind bei denen. So. So, kann ich das jetzt machen? Ja, jetzt kann ich das machen. Ach, wie geil. Die verbündete Stadt braucht Hilfe. Ja, ja. Und die Helden brauche ich auch noch. Äh, Furion und... Dieses Land und ich sind eins. Maiv. Wir vergeuden hier unsere Zeit. So. Gerechtigkeit wird geschehen. Euch lege ich auf eins. Die Schuldigen werden leiden. Naja, ich habe ja noch genug Zeit. Und hier geht die Zeit ja auch Gott sei Dank nicht so schnell um. Hier können wir nicht bauen. So. Dann wollen wir erst mal den Paladin retten. Euer Gebäude ist fertig. Das Ende rücksnäher. Ich weiß nicht, von wo ich ihn jetzt befreien muss. Für die Beobachter. Clown des Angriffs plus neun. Ihre verbündete Stadt braucht Hilfe. Aschall Terrarats. Die Schuldigen werden... Angrüß. Für die Beobachterinnen. Ich werde die Jagd beenden. Äh, was für eine Stufe ist jetzt maiv? Acht. Okay. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Dann hat sie auch bald das maximale Level erreicht. Aschall Terrarats. Die Zeit ist gekommen. Oh Gott. Für die Beobachterinnen. Jetzt ist das hier auch noch so ein Irrgarten. Ach, die ist geil. Aschall Terrarats. So, ganz schnell die Fässer zerstören. Für die Beobachterinnen. Und die Kisten. Aschall Terrarats. Oh, mein Verbündeter ist mutig. Greif den Fröhnen an. Hupala. Das war ein... Das war jetzt ein kleiner... Leck. Tut mir leid. Helm der Ehre. Was kann der denn? Erhöht Kraft und Beweglichkeit eines Helden um vier. Cool. Gerechtigkeit wird geschehen. Hört man immer wieder gerne. Die Schuldigen werden leid. Für die Beobachterinnen. Ah, der ist eine Ruhe, ne? Das Ende rückt leer. Geil. Also die Feendrachen sind toll. Und auch die Chimären. Wir verleugen hier unsere Zeit. Die Zeit ist gekommen. Hier gibt's überhaupt gar nichts. Ich kann nicht mehr warten. Aschall Terrarats. So. Die Kobolde noch schnell töten. Die Zeit ist gekommen. Ah, das ist noch ein Buch. Ein verbündeter Held ist gefallen. Die Schuldigen werden leiden. Angriff. Für Gerechtigkeit. Und dann wird den Paladin befreit. Die Macht der Gerechten wird den Kräften der Finsternis immer überlegen sein. Wir werden euch gegen diese unheiligen Bäschen helfen. Entschuldigen werden leiden. Jo, vielen Dank. Die Zeit ist gekommen. Und damit haben wir die Nebenaufgabe geschafft. Ähm. Für Gerechtigkeit. So. Ach ne. Das ist auch noch was. Ich werde die Jagd beenden. Hallo? Ein verbündeter Held ist gefallen. Die Zeit ist gekommen. Zerstört doch bitte das Fass. Genau. Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. Naja, die Rune könnte ich mir holen. Ich werde die Jagd beenden. So. Ich kann nicht mehr warten. Auf euren Befehl. Ja, du kannst gehen. Ja. Gerechtigkeit wird geschehen. Jo. Ich werde die Jagd beenden. Ah, komm. Ich habe noch genügend Zeit, dass ich nicht... Oh. Jetzt greift er aber schon etwas später an. Ich komme. Ich komme. Ich werde die Jagd beenden. Ich komme. Ich komme. Wow, wow, wow. Prostig, prostig, prostig. Schon wieder eine kleine Anerkartacke. Sorry. die zeit ist gekommen gut ich kann nicht mehr warten für die beobachter innen zerstöre ich mal ganz schnell den stützpunkt damit auch mein level ich werde die jagd beenden so ja immer alles schön zerstören für gerechtigkeit für die beobachter innen für gerechtigkeit und mich immer ein bisschen auf das ende rückt mehr nein du brauchst ja so muss es sein so der kröne kann uns schon mal nicht mehr belästigen kommen ich kann nicht mehr warten ich habe keine angst wir vertreten hier unsere zeit gut die zeit ist gekommen noch mal kurz lesen ja die beschwerung muss ich töten gut das ende rückt mehr die hier oben sind gut gut alles nach und nach für die beobachter schritt für schritt für gerechtigkeit ich werde die jagd beenden und dann wollen wir mal den gegner mal auch ein bisschen in den arsch treten für die beobachterinnen für gerechtigkeit die schuldigen werden leiden erstmal die sirene töten jawoll rache erlernen erzeugt einen mächtigen avatar der unverwundbare geister aus in der nähe befindlichen leichen beschwört die die feinde des spielers angreifen wenn der avatar der rache stirbt verschwinden die geister das könnte ich ja mal ausprobieren das ende rückt näher ja wo ist denn der jetzt ah da rache geist geil gerechtigkeit wird geschehen die beobachterinnen unsere krieger greifen in die zeit ist gekommen naja da sind sie nager beschwerer wir vergolden hier unsere zeit ich werde die jagd beenden wenn es geht das ende rückt näher die zeit ist gekommen für gerechtigkeit das sieht gut aus die beobachterinnen boah ist der stück groß ich kann nicht mehr warten alter man kann aber auch leicht übertreiben unsere kriege greifen den pfand an sag bloß der zieht sich bis unten hin alter ich kann nicht mehr warten ich werde die jagd beenden ok ich kann nicht mehr warten wow für die beobachterinnen kann aber auch leicht übertreiben für gerechtigkeit für die beobachterinnen für gerechtigkeit für die beobachterinnen für gerechtigkeit achal teradas sieht gut aus sieht gut aus für gerechtigkeit achal teradas für die beobachterinnen und da ist auch das auge von bankeras die schuldigen jawoll und wir haben es auch noch rechtzeitig geschafft mit der zeit gut wow es bebt nein der zauber ist nicht fertig er ist nicht fertig heult doch es ist vorbei bruder hier endet euer niederträchtiges ränkespiel elidan storm rage da ihr vorsätzlich zahllose leben gefährdet und das gleichgewicht der welt selbst bedroht habt verurteile ich euch hiermit zum tode und da ihr seid bisschen zu viel blut vergossen worden elidan noch jetzt spüre ich wie das land northrend unter eurem zauber erbebt diesmal reicht gefangenschaft nicht aus ich werde ihn persönlich hinrichten Naren, begreift ihr denn nicht? Der Zauber, den wir kanalisierten, galt den Untoten, unserem gemeinsamen Feind. Ich hatte den Auftrag, Eiskrone, die Festung des Lichtkönigs, zu zerstören. Ohne Rücksicht auf den Preis? Euretwegen ist Tyrande tot. Was? Verzeiht, Lord Stormrage, aber die Priesterin könnte noch am Leben sein. Sie wurde stromabwärts gerissen, aber es wäre verfrüht davon auszugehen, dass... Schweigt, Kel! Ihr sagtet mir, sie wurde in Stücke gerissen. Ihr habt mich belogen. Ja, das hat sie. Unser vordringlichstes Ziel war es, den Verräter zu fangen, Shando. Ich brauchte eure Hilfe. Ich wusste, ihr würdet nach ihr suchen und unsere Chance zunichte machen. Ich, ich... Und wer ist jetzt der Verräter, Weib? Ha! Ich muss auf der Stelle zu ihr. Tja, mei! Ihr wisst, dass ich Tyrande allen unseren Differenzen zum Trotz nie ins Verderben laufen lassen würde. Lasst mich euch helfen, Bruder. Meine Naga könne den Fluss für uns ausspähen. Lasst mich wenigstens das tun. Wohlan denn. Was? Nach allem, was er getan hat, traut ihr diesem Verräter zu? Schweigt! Um euch kümmere ich mich später. Gehen wir, Bruder. Oh, da ist mein Furien jetzt sehr sauer auf Mai. Aber das wäre ich auch. So, okay. Also Illy dann ist jetzt anscheinend unser Verbündeter. Wieder, das ist gut.